Äh, Chestplate gefunden, sie lag... in der Hotbar! Ganz ehrlich, die hätte man wirklich ins Inventar mit anzeigen lassen können. So, tada! Das Cape wirkt irgendwie ein bisschen was, wieder Platz. Ich will immer noch die... Warte, so. Scheißegal, dann nehme ich die derzeit-Lampe einfach da raus. Äh, nein, ich wollte das nicht öffnen, ich wollte hier mein Inventar öffnen. Sonst brauche ich nur noch einen Diamanten und einen Cake. Na gut, das kann man sich hier zusammenkaufen. So, das ist jetzt meine neue Ausrüstung. Hi. Bin ich ein Bandit und kein normaler Räuber mehr. Das Ganze, was ich hier gemacht hab, ist, ich hab mir ein rotes... ...Halstuch um den Kopf, um den Mund gezogen. Und ich hab meinen... ich hab so'n Anorak an. Ja, bei mir hat sich nichts was mehr getan. Zum Alt... und... Ja, ich hab immer noch mein... meine coole Jacke an. ...und dunklen Stahl. Mach immer, dass einer Stahlkapuze ist, aber hey. Ja, ist schon geiler, ne? Wurfenstein in die Rolle. Wenn man's sieht, doof. Ich hab irgendwie auf ne coole Rüstung gehofft, aber hey. Jo. Ach, jawohl, jetzt... Darauf erst mal... ...ein Lunchpaket. Ein Lunchpaket, okay. Ne, ich weiß nicht, was ist das eigentlich, was ich mega crafte, was ich mal dabei hab? ZOKOLADE! Ah! Hat jemand einen Zucker? Einen Zucker? Ne. Ich hab ganz ganz viel Zucker, glaub ich sogar, ich muss nachgucken im Moment. Ah ja. Lieber oben liegen natürlich. Wofür brauchst du Zucker? In den Kuchen. Weil der die ganzen Quests abarbeiten will. Ja, ich bin schon durch. Wir brauchen nur noch nen Kuchen und nen Diamant. Wie wär's, wenn du nochmal nachguckst in unserem Haus? Wir dürften sogar noch Kuchen da haben. Oder wenn ich... ich hab sogar einen gecraftet. Warte, ich hab mir da keinen... Ah, ich hatte keine Milch, deswegen hab ich's nicht getan, genau. Zucker hab ich 65. Komm her, nimm dir was mit. Milch gibt's auf der Basis da. In dem Terraship. Ah. Das ist die, ähm, Kiste hier. Ähm, die hier an meinen Füßen ist. Ah, glaub ich nur eins. Ah, das war die Hälfte. Ja, ich weiß nicht, wie man immer nur eins nimmt. Geht nicht mehr. Ja, wenn man... Ja, wenn man Minecraft gewohnt ist. Hahaha. Hahaha. Was war denn das jetzt? Hahaha. War ein komisches Lachen. So, Simon. Ach was? Von dir klare ich mir jetzt noch nen Diamanten. Wie wär's mit nein? Ach komm. Bitte. Ich so erstmal den Kerl, der hier die Stahlrüstung haben wollte. Also bei mir war geil am Scheißhaus. Da ganz oben, okay. Ne, mit dem Scheißhaus, das war da mit dem jemand. Also bei mir war da... Die, die gehen hier rum. Ah ja. Ich hab einen... Geil Slicer. Oh Gott, ist der Scheiße. Mich noppt, ey. Schön. Und... Okay. Gut, anscheinend ist der Kerl mit der Stahlrüstung tatsächlich der, der die Hauptquest gibt. Naja. Wo ist der denn jetzt? Der ist oben am Scheißhaus, ja. Ah, da oben. Ja, ich seh's. Sieht übrigens n... blöder Name dafür. Im Sanitärbereich. Wie wär das? Was heißt, wie schick es? Ich bin als Herren auf dem Rücken, aber leider leuchtet sie nicht, obwohl sie es sollte. So ein Ding hab ich mir auch geholt, eigentlich. Ja, eigentlich sollte sie leuchten, das steht auch dran, aber sie tust nicht. Was ist sie im Accessoire-Slot oder im Hauptslot? Ja, im Hauptslot, die hat sich automatisch ausgerüstet. Ja. Ja. Wann ich auch nicht wissen. So. Sieht trotzdem cool aus. Äh... Ja, Mann. Und... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Wissen du. Warum hängt das jetzt hier? Ah! Hast du hier? Ja. Bin ich hier? Ja, 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 ja. Äh... Da. Dunkel. Ja. Schon wieder am Scheißhaus, ey. Ja, der hat's irgendwie. Wie passt denn, dass ich genau 3000... ...Zeugs hab? Ich hab... Ich hab 4000 noch was, aber ich weiß nicht, welche ich mir holen will. Ich hab alles verloren. Durch meinen Tod. Alles? Ja, ich hatte 6000 Pixel oder so. Erfälligst du eigentlich nur ein Drittel der Pixel? Oder hast du auf hart gestellt? Ich hab die Hälfte oder so verloren. Okay, ich hab keine Ahnung. Dann hab ich mir auch noch was gekauft. Juh. Eigentlich bräuchte ich irgendwas, was schön zu meinem... ...Zug passt. Mhm. Ja, wahrscheinlich der Holz-Teleporter, oder? Ja, Holz oder Brass, vielleicht. Brass... ...schon eher, glaub ich, fast, ja. Und vielleicht der... ...Zoom-Teleporter? Mhm. Das ist eher Markus. Ja, stimmt. Wenn dann über der Stein, aber... ...man sieht halt nicht, wie sie aussehen. Doch, wenn du draufklickst. Oh ja, right. Eher Brass, ja. Ja. Aber der Stein anders ist natürlich auch cool vom Aussehen her einfach. Gut, passt jetzt eher zu deiner Volterkammer als zu deinem Zug, ne? Ist halt die Frage, worauf wir zu Fokus setzen. Na, ich nehme mir jetzt... Ich kaufe mir jetzt diesen Brass-Teleporter. Okay. Ich meine, eigentlich ist es logisch in so einem Spiel, aber die Beschreibung ist so cool. Hm? Ja. Destroyed when broken. Hörder. Ja, ne? So eine Theorie ist es einfach so ein... Hm, komisch. Wenn es kaputt macht, ist es kaputt. Hm. So... Gut, ich raff mal auf meinem Schiff, ob wir die neuen Koordinaten jetzt haben. Ihr habt ja beide nebenan schon abgegeben, ne? Mhm. Ja. So... Ja, 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 ja. Gut, okay, ich kann jetzt auf Deploy klicken. Also... Müssen wir die Mission wohl machen. Okay. Dann kommt ja am besten alle auf mein Schiff, oder wir treffen uns auf irgendeinem von euren Schiffen. Warte mal, ich hab grad das Mace gewonnen. Ich hab irgendein Ticket dafür willkommen. Okay. Äh... Die Laterne steht dir? Ja, ich fand die cool. Kann ich das jetzt einlösen? Eigentlich sollte sie auch leuchten, aber die tut's irgendwie nicht. Vielleicht sollte ich vielleicht erstmal meine relativ wertvollen Sachen weglegen. Ja. Was? Äh... Teleporten. Warum immer man sich immer hinknien muss, bevor man teleportiert wird? Naja... Äh, dieser Schmerz! Äh... Ja nun, ich mein, wenn dein Körper auf molekulare Ebene auseinandergenommen wird, das ist schon nicht so angenehm, kann ich mir vorstellen. Ne? Ich find das cool. Ich find's das cool, okay. Voll cool. Ähm... Was? Ich hab nichts gesagt. Mhm. Ja, richtig. Ja, sicher. Kann ich nicht noch irgendein Tag machen? Kannst du. Wie meinst du das? Ja, warum hast du die Tag-Karte? Achso, ich versteh die Teile gar nicht. Was können die? Äh, du gehst damit zu der Konsole, wo dein Zeile ist und klickst dann auf Xiaomi My Tag und dann kannst du dir einen Tag aussuchen. Mhm. Ah. Guck mich, mein Tag. Air Supply. Sehr schön, sehr schön. Äh... Was willst du denn nehmen? Runter. Also ich hab'n Spritter genommen, also den Dash da. Enri Dash, jo. Jetzt mit der Geiste. Na, ich... Spar mir meine Karte mal. Okay, unser FTL ist aber immer noch da. Na klar, wir müssen ja erst das Ergius finden. Okay. Dann wollen wir wieder zum Outpost. Ne, nicht zum Outpost. Einfach nur zum, äh, Portal. Oder eben auf diese Mission. Ja, zum Outpost. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob der Dash oder der Doppelsprung besser ist. Der Doppelsprung, finde ich. Eigentlich ja, ne. So, genau. So, genau, von... ... bei diesem komischen Tour am Outpost. Oder eben auch direkt da, wo ich grad bin. Kann man ja direkt zu diesem komischen Arc. Mysterious Ruin. Jetzt hat er mich wieder falsch teleportiert. Ich teleportier mich zu. Also wohin? Outpost, oder? Einfach zu uns beiden. Einfach zu uns beiden. Mysterious Ruin jetzt, oder wie? ARK, ja. ARK! Denk ich mal. Mhm. Wäre irgendwie logisch. So... Das lädt lange. Das lädt lange. Ich hab das Gefühl, da wird ein Entboss-Kampf draus. Entboss einfach. Spiel ist vorbei. Ja. Ah, aber guck mal. Wir haben hier Zeugs. Nichts von Wert, aber wir haben Zeugs. Wieso leuchtet die Lampe nicht? Welche Lampe? Geht's bei euch auch runter, oder wie? Die Laterne. Ne, bei uns geht's hoch. Bei mir geht's runter. Aber ja, hier kommen wir nicht weiter. Okay. Also wirklich immer nach rechts. Okay. Kann man hier abbauen? Nein, kann man nicht. Na doch. Ach so. Nein. Da ist die Creepy aus. So leicht. Aber auch ziemlich episch. Episch, ja, aber... Episch aus. Oh, guck mal. Noch ein Tor? Noch ein Tor. Oh, wenn die Mond ist mit den Straxen an den Straxen. Cool. Wie hier? Wie hier? Jemand pusht da irgendwas weg Problem, dass nur ich bin von meiner Ausrüstung gnadenlos unterhausgerüstet Ja, mit 6 Engel Äh, ich kann dir gerne ne Waffe geben Ne, da gehts nicht weiter Okay Bauen die Quest Äh, Brech ist meines, fix mal Das würde er nie zu fix mal FB, copy to the sales mission tab Okay, also ein Scheindungs hier Äh, man muss die Nanosuit equipen Ja, ich hatte Nanosuit equipt Das ist ein Tech gewesen Ach, das ist ein Tech? Ja Der, der Luftdings, oder? Den hab ich auch equipt Ah, ich muss nur machen Na gut Äh, dann treffen wir uns wieder bei mir und gehen auf die Mission Wenn das hier anscheinend doch nichts ist Hm Moment Äh... Ach doch, die Lampen leuchtet sogar, aber nur so ein klein bisschen, oder? Oder ist das überhaupt leuchtend? Moment, ihr macht zur Seite, steck weit Naja Die machen wir uns aus Ja, hm, toll Minimal Ja, es ist besser als nichts, ne? Juh Aber hier ist echt nix, okay Also wohin? Zurück Zurück zum Arc und dann zu mir Auf jeden Fall zum Gate Aber hey, ich hab mir eine Zähne umrücken Ja, ich hab mir eine Zähne umrücken Ah, ich hab mir eine Zähne umrücken, ja Passt zu deinem Stil Irgendwie so Wild Western Ranger Im Dunkeln So, und da? Ich hab jetzt zu mir, jetzt geh auf die Mission Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob die bei euch auch geht, oder eben nicht, oder keine Ahnung Naja Äh, ich kann aus irgendeinem Grund Gerade nur vom Arc zum Gate hüpfen Ja, ist richtig Ja, von da aus auch nirgendwo hin Mh, doch Vom Gate kannst du ganz normal über den, äh Der Gruppen dingen Hier kannst du einfach hochgehen Über ganz normal Ja, ist nicht Komisch, ich Bäh Zeug Ich bin ja im Arc nicht, hm Ich glaub ich flieg mit meinem Schiff auch mal zum Gate Brauch's doch gar nicht Ja, was wenn's nicht geht? Ja, dann kannst du dich halt von deinem Schiff direkt dahin bringen Du gehst zu deinem Sail und gehst dann statt auf Commands auf Missions Bis spät Und jetzt? Ja, jetzt Zu bei mir oder so, denk ich mal Oh, ich hab mich deployed Und du hast dich deployed, okay Gut, dann deployen wir uns halt auch Ja, ich war auch dabei Ja, ich war auch dabei Ja, schon, teleportierst du dich dann? Da direkt, oder wie? Ja, teleportierst du dich? Okay, also muss Cobb ja das doch selber bei sich machen, sorry Leichtes hin und her Ja Die dann nicht zum Ja, gut, dann war man am Kopf Ja, gut, warte doch mal einen Moment Nicht so'n Stress Früher hat man das durchgehend machen können Da hast du springen können und dann Permanent War geil Also, was mach ich jetzt? Du gehst zu deinem Sail Und gehst dann statt auf Commands auf Missions Oder was das da ist Der rechte Zapp halt Praktisch da, wo die Tag ist, dann musst du Let's Talk machen Ja, ja Und klickst dann auf den Fly Oh, schade Nie Oui Huijiii Wuii Alter, die Musik ist hier voll cool Ja Offline da unten Warte, ich mach jetzt kurz das Licht an Ah, ich geh erstmal pennen Hehehehe Ey, Wasserspinde Offline, jo Ach, das ist der Aufzug dann. Ja. So. Oh. Oh, Überlüftungsschächte, oder wie? Ausgefuchst. Gaby? Könnte ich einfach hier wieder... Also hier ist ein Schalter. Hier. Ein Lüftungsschacht. Also brauchen wir jetzt nicht einen Lobby-Sprung für, okay. Nö, brauch ich nicht. Nicht? Okay. Alter. Boom! Ah! Ha, 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 ha. Der fuck war das? Ja, da hinten sind noch mehr. Woah! Fuck. Moment. Ah, hier ist noch eine. Schalter. Ja, warte, warte, warte mal kurz. Ja, warte mal kurz und renn voraus. Ach, hier war ich schon. Du bist drauf. Du bist drauf. Moment, Bandagen Wollen die abbauen? Nee Und, war alles drin? Okay, mach das 3 Schritte zurück, Moment Autsch, Bruchheilung Hast du keine Bandagen bei? Doch, aber es dauert halt Hast du Warum gehst du nochmal zurück? Weil die Sachen liegen überall Da ist doch nichts drin in den Kisten, oder? Meistens nicht Und selbst wenn Ich will halt alles dabei haben, das hat einfach nur aus Oh, ich bin nur am sterben, Moment Nichts! Oh Da ist ein Miner Ach ne, der rennt weg Netzer Kann man mit dem reden? Nee Ja, warte, hier hält sie Nein Ja, warte, hier hält sie Boah 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 Was sind das eigentlich für komische pinke Viecher? Keine Ordnung Hier geht's nicht weiter Schalter Oh, sie werden angegriffen Nein Gut Gut Moment Ah, meins 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 Ahaha Was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Basehelm Boah Ah, ok Da hat er hier Ok, kannst du haben Und noch irgendein Rekord Hat er auch noch Irgendeine Datadisk Oh Sieht aus wie eine Ur-Elt-Webcam Glauben Gott passt Yeah, ich bin an der Webcam Beschütz dich Na blieb Ach, danke Geh runter Ich nehm pigkecks Äh Hazard Qualität Mensch Na, blieb komm'on nehm Oh, greifst du an? Hey Schmacktieber Ja, sieht gut aus Gerade gefunden, oder wie? Ja Nichts gegen das, was du da hast, was einfach 200 Schaden macht Ja Wie sie Mein Zeugs Oh, da ist so eine Kiste Ich habe jetzt Raumanzug, Hosen und eine Warnweste Oh, nice Als Accessoires an, aber hey Ah, warum kann man nicht schließlich gleich da durchspringen? Das wäre so vereinfacher Warte mal, ist Ja, wir sind hierher gekommen Okay, aber Aber da geht es längst noch weiter, glaube ich Soll ich gerade sagen, ja Ja Geht's auch Wait for me Benutze deinen Tag Schau dir mal hoch Bist zugeschüttet Aber hier ist eine Kiste Ich glaube, von hier kam er auch wieder Ich sollte mich heilen gehen Nein, die Waffe ist nicht stark, aber ich mag sie trotzdem Ja, ist halt Ne Gatlinge, so mehr Dinge Da nehme ich sich die ganzen Blueprints mit Und denen ich auch schon zwei habe Ja, besser als eine Jacke, würde ich sagen Hazard Boing Boah Alter, der hat Der hat Schaden gezogen Der Hä? Hat kein Leben mehr Ne Ja, ich sehe es Geh nicht auf Ne, geh nicht auf Braucht man Computer für Ja Weil der Schalter aus ist Ja Und Da haben wir die Bandagen Keine Ahnung Ach, jetzt sind sie alle offen Okay Warte mir kurz Ja, das wäre sie nett Boah Die Viecher hauen rein Jo Krass Auch wenn sie immer so eine richtig Krasse Waffe da hat Erst hoch Denke ich Brak Erst tut Okay Woran sieht man jetzt eigentlich, was was ist Das hätten doch auch die Arbeiter da sein können Die schreien Ah, okay Ja Das sind so wahnsinnig Ah, Moment, da ist ein Schalter unten Sieh mal, hat schon wieder eine Was ist da drin gewesen? Backpack Racesuit weg Weg Okay Ja, sieht man hier nicht so Also unten weiter, oder? Ach nee, das Das blüht gerade Ja, jetzt Totenkopfschalter Drück Ne, ist nur ein Schild Oh Lass mich hier dann gucken Okay, hier geht es nicht weiter Ich stehe auf die Gefahr Hehe Ja, hier geht es auf jeden Fall weit Ah, nee, hier ist noch ein Moment Oh Gott Oh Gott Boss 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 Aber wir müssen bestimmt die Knöpfe anmachen, ja Siehste Ja, geil Tot Hä Und in den Dash ist man einfach zu langsam hier Sehen sie alle an? Haben wir alle vier? Wah Ich bin tot Ich auch Kann ich mich einfach zu Markus teleportieren? Oh, probier's Ich leb noch Oh Boah Kein zu funktionieren Ja, jetzt hat es gelaggt Die ganze Zeit gelaggt Boah 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 Es laggt einfach nur Ja, jetzt ist hier echt ein bisschen laggy Okay, ich mach die linke Seite Ja Boah Ich verstehe immer noch nicht, was wir tun sollen Wir müssen die Falter drücke-era-en OOOH FAK Ey, das kannst du ja Aloy gar nicht schaffen OOOH Bewegung Was? War's das? Wenn ihr kommen wollt, beeiler ich bin gleich tot Ja, bin da Hast du schon gedrückt? Nein, noch nicht Ah kaputt weil die... Jajajaja So, zu loop! Wahahahahahaha Ah! Fuck! Oh, ich hätt dacht, der trifft mich nicht! Ein Schalter ist noch oben Natürlich ist der letzte, der jemand jacked Ah, cool! Machst der runter, oder? Ja, die Schalter müssen alle runter Jetzt ist an! Ah, ich drück schnell! Und dann in der Mitte unten Welcher ist da oben? Einer fehlt noch Fuck, einer fehlt noch Goodbye Pixels Oh Fick dich doch! Jetzt sind alle unten gerade Bin ich gestorben, an Fallschaden, geil Oh, das gibt's doch nicht! Kaputt Ja, schön Ich sag's mal, das ist halbwegs sicher Von den kleinen Büchern abgesehen Ah, puh! Einmal mit der Wummel drüberkaut Ja Leute! So, FFS Was ist? Ja, das war jetzt doof Ja, teleportier dich halt wieder zu uns Ja, ja! Hat er doch! Hat ein Stück weit gedauert So Okay Ja Ähm Da ist ne Waffe, die kannst du hören Die ist doch besser als meine Wollt ihr mal kurz gucken? Dennis, Kams hat ja irgendwelche lila Barren gedroppt Habt ihr da welche von? Ich war tot Barren? Nee Die ganze Zeit Ich hab bloß ein bisschen Platinum bekommen Ah, dann Ich hab gar nichts Ja, das wird dann das Platinum gewesen sein von mir Okay, das sah einfach nur lila aus Kurz moment Da da Swingspeed 179 166 Oh, das ist meine besser Muss ich jetzt kurz gucken Ja, meine ist besser Ähm Ich könnte noch eine geben, wie gesagt 148 DPS Swingspeed 158 Und Damage bezwing 94 90 Mh Mit Reichweite oder einfach so? Einfach so Na dann nicht Okay Fragezeichen Hallo Jaja Naja war ganz witzig Yay Land to drop the egg is good Schön Es war witzig bis zu dem Zeitpunkt wo es gelackt hat und ich schon gestorben bin Ja Egal was ich versucht hab Hm? Ich habe in der ganzen Morgen Wettbewerbe Wettbewerb 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 Vielen Dank.